Ja, aber trotzdem. Ein TikTok-Kolz und eine verbesserte Sehne. Naja, die verbesserte Sehne können wir leicht herstellen. Dafür brauchen wir nur Salben, Fett und Sehne. Und dann können wir den Bogen bauen. Geschlossen ist... Elfentrainersbestellung. Der elfische Bogenbauer hat seine Holzlieferung gehalten. Auch wenn die Beschaffung nicht so einfach war wie gedacht, so hat es sich doch gelohnt. Ja, weil wir einen ziemlich starken Bogen dadurch bauen können. So, und jetzt wieder ab ins Hafen für erst mal. Dort müssen wir nämlich noch weiteren Arbeitern helfen. Hoffentlich kommen wir bei irgendjemandem rechtzeitig. Wir rüsten uns auch gleich zum Kampf. Geben wir erst mal nach da hinten. Hey cool, hier könnten wir doch Zunderschwamm einsacken. Ah ja, selbst die Arbeiter sind bereits umgehauen worden. Für eine Handvoll Dukaten wurde aktualisiert. Aktualisiert Schwarzaugen. Hinterhalt. Ein Hinterhalt. Die vermeiden gleich in Schwarzaugen. Die werden eine Überraschung erleben. Oh, das sind ja viele Schwarzaugen. Und... Ah... 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 Das war Gledis. Bei Eingrushbach. Lass uns mein Vorgrim machen. Gut, uns beide kriegen die Schwarze Augen nicht so schnell klein. Zwerge sind standhaft. Vor allem, weil wir gut gerüstete Zwerge sind. Und ja, ich wollte eigentlich bei Crema Rappelbusch noch das Zeug verkaufen, was ich mit mir rumschleppe. Dann verkauf ich es halt bei Crema Rappelbusch hier. Fällst du endlich mal um? Ja. Der Stab legt sie. Ich glaube, das war es erst einmal. Mal. Ich verstehe nur gerade nicht, warum der Kampf nicht aufhört. Da müssen wir beide alleine wohl gegen die Letzten vorgehen. Ja. 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 Ja, das war halt nicht gut. So. Ja. So, jetzt ist nur eine übrig. Der aber, den ich klein beigeben will. Der macht lieber uns ordentlich Schaden. Morgen versuche ich mal die da zu werfen. So. Ich sollte Regularen vor den Ereignissen unterrichten. So. Dann pantagier du dich mal zuerst. Und dann Gladys. Und dann gehen wir... Oh, erstmal Nasreddin anheuern. Du willst immer noch tausend Dukaten, oder? Ja, die tausend Dukaten für das Schiff. Man hat euch zu mir geschickt. Entschuldigung. Du, Brenno ist mein Name. Anscheinend habt ihr schon von Diplomat Gerlings Empfehlung erfahren. Er sagte mir, ihr seid genau der richtige Wahl für brenzige Angelegenheiten, vorausgesetzt die Bezahlung stimmt. Wie viel würdet ihr dafür verlangen, mich auf meiner Mission zu begleiten? Einfach sagen wir 200 Flues. 200 Dukaten, habe ich richtig verstanden. Ja, 200 Flues, Geld, Dukaten. 200 Dukaten ist eine stolze Summe, aber da Diplomat Gerling es war, der euch empfohlen hat, bin ich einverstanden. Hier das Geld. So, jetzt haben wir noch jemanden, den wir eigentlich nicht benutzt werden in unserer Gruppe. Ja, erst das Zeug verkaufen und dann können wir... Mal kriegen wir einen Rappelbusch. Was hat eigentlich KPD-D-Bug noch so im Angebot? Ja, das... Geschwärz der Schulterpanzer. Ja, Kopf, dicker, aber rechter Arm. Wiegt weniger. Ardus-Helden-Frühstück. Anleitung für Brandbolzen. Oh, dafür braucht man Fussel. Okay, schweres Breitschwert. Stilett, Ogre-Keule und das... KGIA-Einsatzhelm. Einsatzhemd. Mh, ne. Aber die Brandbolzen, die nehmen wir mal. Ich hatte mal 100 Fussel in einer Truhe gefunden und hab sie verkauft. Für den Dukaten. Jetzt hätte ich draus Brandbolzen machen können. Gut, okay. Streitkolben sind... ...was wert. Die Haarnageln sind fast nichts wert, aber kommen trotzdem weg. Pfeifen, Würfel. Der kann weg, der Säbel kann weg. Helles Pferdocker. Bronzebeinschienen können auf weg. Knüppel kann weg. Flügelhelm. Und noch halt Streitkolben. So. Er würde halt das Sauterkleid verkaufen. Okay. Was Gledis wahrscheinlich perfekt passen würde. Geschmeldes Raya. Oder irgendeine Fingerfertigkeit. Irgendeine Gewandtheit. Hm. Also, Rägenplätze haben wir immer welche übrig. Folgt mir. Ei. Sie braucht ein bisschen mehr Gewandtheit, dass sie ein bisschen besser ausweichen kann. Okay. Ja, weil das Geld für das Boot werde ich wahrscheinlich nie zusammenkriegen. Wie schaut es aus? Konntet ihr alle Übergriffe vereiteln? Was konnte ich so? Schnell werden sich die niederträchtigen Schwarzhaugen nicht mehr an den Störerbranschen der Arbeitern vergreifen. Ja. Konnten wir so halber. Ich bin gemeistert. Aber es habt ihr bewiesen, dass das Haus Störerbrans auf euch zählen kann. Aber genug geschwätzt. Natürlich gibt es jetzt eine Belohnung. Hier nehmt. Das wäre nicht nötig gewesen. Habt ihr schon eine Idee, was als nächstes zu tun ist? Noch nicht. Wer weiß schon, was die Solvide Niceback als nächstes plant. Ich sollte dringend mit meinem Vater die nächsten Schritte überdenken. Kommt später. Vielleicht sind wir dann klüger. Und nochmal danke für alles, was ihr für unser Haus getan habt. Wenn das alles vorbei ist, feiern wir zusammen. Ich hab versprochen. Okay. Der harte Griff. Die Schlacht ist geworden. Ein Sieg für unser Handelshaus. So, ich hab mir das Gefühl, die ganze Sache fing gerade erst an. Ich bin heil angekommen. Regolan weiß jetzt Bescheid. Ja. 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 Vielen Dank.